Gartenzeit ist Unkrautzeit. Von Mosen über Gräser bis zu Pflanzen. Vieles wächst aus Fugen auf Wegen, Flächen und Plätzen. Ob nun Haushaltsmittel, die chemische Keule oder thermische und mechanische Gerätschaften zur Unkrautbeseitigung. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Alles hat jedoch eines gemeinsam. Man kann Unkraut nur für einen kurzen Zeitraum von Tagen und allenfalls wenigen Wochen minimieren. Sogar erneutes Wachstum bestimmter Unkräuter effektiv längerfristig bremsen. Jedoch wichtig, ein 100%iges Unkrautwachstum nie dauerhaft vermeiden. Die einzige wohl effektivste Methode auf längerer Sicht ist, Fugen mit Hochdruck auszuspülen und mit speziellem Fugensand zu versiegeln.